Herzlich willkommen zum Tobias Beck Podcast und bevor ich anfange mit der heutigen Folge, es ist eine Solo-Folge, mag ich wie so oft Danke sagen für all eure Bewertungen bei Spotify, Deezer, bei iTunes, dass ihr Instagram-Stories macht und teilt, was euch bei diesen Folgen so berührt. Denn das ist im Endeffekt für uns, für mein Team und mich ein ganz, ganz großer Schritt, dass du das überhaupt machst, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, was anzuhören nebenher und dann noch eine Bewertung zu schreiben. Also für all die, die das machen, vielen, vielen, vielen Dank. Und du bist für mich sowieso ein ganz besonderer, wundervoller Mensch, weil du hier in einer Community bist, die ja ist wie du. Und dazu darf ich auch sagen, dass es für dich vielleicht auch jetzt im Moment ein Punkt sein kann, wo du dir eingestehst, dass du auch nicht so ganz massenkompatibel bist. Und genau das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Es geht nämlich darum, clever zu sein und das zu machen, was die meisten Menschen versäumen. Heute geht es nämlich um einen oder vielleicht deinen Plan B. Ein Plan B ist in unserer Zeit ja viel wichtiger als jemals zuvor, denn ich glaube, wir beide brauchen nicht in die Glaskugel zu schauen, um zu wissen, dass die Wirtschaft, so wie sie ist, so wie wir sie gekannt haben, besser gesagt, nicht mehr sein wird. Aber zusätzlich zur Pandemie kommt jetzt auch noch Krieg in Europa und das brauchen wir auch nicht wegzudiskutieren oder schönzureden, weil da gibt es nichts, schönzureden. Und diese Milliardenaufwendungen, die müssen irgendwo herkommen. Und wo kommen die erstmal in deiner Familie her? Naja, von der Mikroebene. Das heißt, du kannst verändern, Erfolg beginnt zu Hause, kannst für Frieden sorgen, kannst für finanzielle Freiheit in deiner Familie sorgen. Und dann geht das weiter. Du zeigst anderen Menschen den Weg, bist Leuchtturm für andere und dann verändert sich ganz, ganz langsam die Welt, wenn du das mit Respekt und Liebe machst und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und apropos miteinander, es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten, selbstverständlich, um sich einen solchen Plan B aufzubauen. Du kannst zum Beispiel in Immobilien investieren, du kannst Kryptowährungen lernen, du kannst in Aktien investieren. Dazu gibt es übrigens in dieser Community hier regelmäßig Webinare, weil ich möchte, weil es mir ein ganz, ganz tiefes Anliegen ist, dass du finanziell frei wirst. Und warum ist das so? Nicht, weil ich dem schnöden Mammon fröne, sondern weil die meisten Probleme auch in Familien daherkommen, dass sich über Geld gestritten wird. Und genau das Thema kannst du für dich ja schon mal aushebeln, indem du einfach für dich und deine Familie finanziell frei wirst. Also so einfach ist das. Und was du natürlich auch machen kannst, ist zum Beispiel Bücher schreiben. Auch da bin ich ehrlich mit dir, möchte ganz ehrlich sein. Das rechnet sich bei Zehntausenden von Büchern. Da verdienst du dann ein paar Euro mit. Solaranlagen kannst du machen. Aber ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Sei nicht naiv und glaub, es geht alles so weiter wie bisher. Das wird es nicht. Das hat es in der Geschichte niemals getan, sondern nimm dein Leben in die Hand und baue einen Plan B auf. Der Plan B, der mich damals in eine finanziell stabile Situation gebracht hat, beziehungsweise den Grundstein gelegt hat für all das, was ich heute machen darf, weil machen wir uns auch da nichts vor. Der Aufbau einer Selbstständigkeit kostet auch ein paar Euro oder in meinem Fall damals D-Mark. Ich persönlich habe bereits über eine Viertelmillion Euro damals in meine Selbstständigkeit und vor allem in Seminare gesteckt, bis das alles mal hier drin war, weil ich ja auch genau wie viele von euch als genormte Dien-Gurke aus der Schule rausgekommen bin und mich viel zu häufig mit der Untenhaltungsindustrie, aber auch mit den falschen Menschen getroffen und auch mich mit denen beschäftigt habe. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Heute geht es um das Thema Network Marketing, was weltweit immer größer wird, immer mehr Griffigkeit bekommt. Und ich bin so verliebt in dieses Thema, dass ich dazu sogar ein Buch geschrieben habe. Und dieses Buch heißt Unbox Your Network. Und warum ist das so wichtig? Weil das auf Englisch sagt man, your network, also dein Netzwerk, is your net worth. Ist also das, was dir im monetären Bereich auf jeden Fall eine Wertigkeit gibt. Und warum spreche ich darüber? Ich habe es gerade schon gesagt, weil es die Grundlage für meinen Erfolg gewesen ist. Ich habe damals nicht so viel nachgedacht. Ich habe einfach mal angefangen. Du weißt ja, Macher machen, Denker denken. Verzweifelte sind verzweifelt. Leute, die darüber schlafen, schlafen jahrelang über irgendwas. Mir wurde damals eine Chance gegeben, die habe ich ergriffen und habe dann in ein paar Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen wohlgemerkt, weil das ist nicht einfach, weil nichts einfach ist, die höchste Position in diesem Unternehmen aufgebaut. Und das war die Position damals des Regional Vice President. Und danach, und ich erzähle dir das nur, damit du weißt, dass ich dir hier nicht irgendwie das Blaue vom Pferd, Blaue vom Pferd heißt, sagt man das so? Das Blaue vom Himmel, nicht Blaue vom Pferd. Das Blaue vom Himmel erzähle, habe ich danach auch in weiteren Vertrieben gearbeitet. Ich habe die Kundenberater für die 1&1 Internet aufgebaut und danach den Thermomix Vertrieb in den Vereinigten Staaten, in den USA. Weil ich das Proof of Concept einmal hatte und da möchte ich direkt mit einem Vorurteil aufbauen. Es ist eben nicht so, dass nur Leute Network Marketing machen, die es in der freien Wirtschaft irgendwie nicht hinbekommen. Ganz im Gegenteil, wer es schafft im Network Marketing, was übrigens nichts anderes ist als eine Persönlichkeitsentwicklungsuniversität mit einem angedockten Marketingplan. Ich wiederhole das, Network Marketing ist im Grundsatz eine Persönlichkeitsentwicklungsuniversität mit einem angedockten Marketingplan. Und warum ist das so? Weil du dort die Grunddinge lernst, die du in jedem anderen Unternehmen brauchst. Du lernst zu verkaufen, du lernst mit Rückschlägen umzugehen, du lernst deine Persönlichkeit zu entwickeln und du weißt ja selber, dass das Innen sich immer im Außen wiederfindet. Also das, was du im Außen hast, hat ganz, ganz viel mit deinem Inneren zu tun und eben auch umgekehrt. Deshalb spreche ich heute mit dir über dieses Thema, aber auch gleichzeitig über den Weg zu einem eigenen Buch. Denn es gibt eine ganze Menge zu feiern und deshalb bin ich so begeistert, dass ich das heute machen darf. Auf der Untertitel des Buches lautet übrigens die Geheimnisse der Network Marketing Professionals. Und warum Professionals? Weil ich in den letzten 20 Jahren Menschen beobachtet habe, die in dieser Industrie nicht nur erfolgreich geworden sind, sondern die Tausende von Menschen in ihrem Netzwerk aufgebaut haben. Und wenn ich ehrlich zu dir bin, steckt hinter Network Marketing noch so viel mehr, als du denkst. Und wenn du sagst, oh Tobi, das ist überhaupt nichts für mich und mir hat das schon mal jemand angeboten und ich habe mir das schon mal angeguckt, dann atme doch jetzt mal tief durch und lass es mir oder lass es mich dir erklären. Und warum möchte ich, dass du zuhörst? Weil es für dich eine Chance sein kann, risikolos oder mit einem ganz geringen Risiko, einen Plan B für dich und deine Familie aufzubauen, um dadurch ein paar hundert, ein paar tausend, ein paar zehntausend Euro im Monat dazu zu verdienen. Und warum ist das möglich? Weil es darum geht, dein Potenzial wirklich zu entdecken da drin. Bevor du aber überhaupt dich mit deinem Plan B beschäftigst, bevor du überhaupt in irgendetwas einsteigst oder mitmachst, ist es wichtig für dich einmal herauszufinden, was ist denn überhaupt dein Drive? Warum machst du das denn überhaupt? Möchtest du von deiner aktuellen Situation weg, was ein riesiger Driver sein kann? Wenn du das liebst, was du tust, dann mach das weiter. Ich zitiere Jim Rohn, Arbeite Vollzeit in deinem Job und Teilzeit an deinem Lebenstraum. And then you change it und dann drehst du das um, dann arbeitest du Vollzeit an deinem Traum. In der Zeit, wenn alle anderen Netflix gucken, Fußball gucken gehen oder Alkohol trinken oder feiern, da arbeitest du an deinem Traum and Part-Time on your Job. Behalts deinen Job, deine Angestellten-Tätigkeit in Teilzeit und irgendwann, ja, vielleicht gehst du dann zu deinem Chef und sagst, du, lieber Chef, um ehrlich zu sein, ich habe ein Augenleiden, ich kann mich hier gar nicht mehr arbeiten sehen. Das ist natürlich Spaß, aber diese Frage darfst du dir stellen. Woher kommst du eigentlich? Woher nimmst du den Drive, überhaupt etwas aufzubauen? Weil sonst wird es natürlich in die Hose gehen, wenn du mit einem Auto losfährst ohne Benzin, das ist der Driver für dich, dann kann es ja gar nicht funktionieren. Bei mir damals, als mir jemand, ein guter Freund von mir mittlerweile, ein Begleiter über so viele Jahre auch in meiner Entwicklung, dieses wunderbare Konzept vorgestellt hat, da wollte ich unbedingt weg. Ich wollte weg von der Gesamtschule im Problemviertel in Wuppertal. Ich wollte mehr. Ich hatte Hunger. Ich wollte irgendetwas anderes machen. Und das war der Driver für mich. Mich wurde nicht gefragt nach Noten oder nach Leistung oder was kannst du, sondern mir wurden einfach ein paar Anträge in die Hand gedrückt und mir wurde gesagt, wenn du das und das und das machst, dann kannst du XYZ erreichen. Und genau das habe ich gemacht. Deshalb mag ich dir jetzt noch eine Frage stellen. Warum hörst du dir überhaupt diese Folge heute an? Warum bist du überhaupt hier? Und wenn du bis jetzt nicht abgeschaltet hast, dann möchte ich jetzt sehr, sehr ehrlich zu dir sein. Mit dem Beck'schen Realtalk mit dir reden. Wenn in deinem Leben alles zu 100% in Ordnung wäre, dann würdest du dir diese Folge jedoch gar nicht anhören. Du bist hier, weil du Hunger hast. Weil du mehr möchtest. Weil du mehr aufbauen möchtest für dich und deine Familie. Weil du deine Eltern vielleicht in Würde altern lassen möchtest. Weil du deine Kinder auf gute Privatschulen schicken möchtest. Und weil du endlich, und ich meine wirklich endlich, dich nicht mehr über Preise aufregst, sondern einfach sagst, ich bezahle das, weil Geld ist Liebe, Geld ist nichts anderes als Energie. Und wenn ich in ein System, wie zum Beispiel in deinen Plan B im Network Marketing Geld reinstecke und auch Energie reinstecke, dann kannst du es auch irgendwann wieder rausnehmen. Mit anderen Worten, du fährst ja auch nicht zur Tankstelle, um dich von den Benzinpreisen inspirieren zu lassen, sondern weil dein Tank leer ist. Das hier ist heute kein Inspirationstag für dich, sondern es ist ein Handlungstag. Und die nächste Frage, die du dir dann stellen darfst, ist, wo willst du denn damit hingehen? Wo darfst du denn hingehen? Wie wäre es denn damit, Vorbild für andere zu sein? Wie wäre es denn damit, für andere in deiner Familie und in deinem Freundeskreis vorauszugehen, um ihnen dann nicht mit einem Blendlicht ins Gesicht zu leuchten, wie toll du bist, sondern ihnen einen Weg zu zeigen, dass sie sich auch unabhängig machen können von einem System. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich dieses Buch über Network Marketing, über MLM überhaupt geschrieben habe, weil es Träume wahr werden lassen kann. Es ist eine Chance für alle Menschen, die einfach mehr wollen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dein Erfolg, also das, was du in deinem Leben wirklich sehen kannst, es gibt so einen schönen Spruch, kommt, glaube ich, aus dem asiatischen Raum, dass ehemals kleine gepflanzte Samen jetzt zu Bäumen geworden sind, unter dem sich Menschen dann in der Sonne, im Sommer, im Schatten ausruhen können. Mit anderen Worten, du darfst jetzt in die Handlung gehen, etwas zu tun, Action-Steps zu legen, damit du weitermachen kannst. Und ich biete dir mit diesem Buch Unbox.MLM Die Geheimnisse der Network Marketing Professionals eine Abkürzung. Ich persönlich bin einen langen, harten, blutigen Weg gegangen, von ganz unten nach ganz oben. Und mich hat wirklich, ich hatte mir dieses Werk, diese To-Do so sehr gewünscht. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Und ich möchte, dass du finanziell frei wirst, dass du reisen kannst, dass du anderen Menschen helfen kannst. Und ich habe es jetzt nochmal gesagt. Jeder Mensch braucht einen Plan B. Kein Job ist sicher. Kein Job ist sicher. Ihr wisst, dass ich 23 Jahre für die Lufthansa gearbeitet habe. Und ich bin dort auf eine Menge Menschen getroffen, die mein Leben so positiv gewandelt haben. Aber ich bin auch auf eine Menge unfassbar arrogante Menschen getroffen, die gesagt haben, Oh, ich bin hier Pilot. Ich kaufe die Welt. Ah, ah, tust du nicht mehr, weil deine Branche gegen die Wand gefahren ist. Wake up! Und manche sind immer noch so naiv und glauben, dass alles wieder gut wird. Nein, du brauchst einen Plan B für dich und für deine Familie. Aber bevor ich über die Inhalte des Buches spreche, mag ich dir noch ein paar Impulse geben, wie das überhaupt funktioniert, ein Buch zu schreiben. Das ist ja mittlerweile das vierte Buch. Deshalb bin ich auch Gott sei Dank bald bei Wikipedia zu finden. Da musst du nämlich vier Bücher schreiben, die in einem Verlag veröffentlicht wurden. Dann kriegst du auch so einen Eintrag. Und ich mag dir dazu noch eine Geschichte erzählen, weil ich einige Verlage am Telefon hatte, die mich ausgelacht haben. Und das kenne ich schon, weil mich auch für mein erstes Buch, was mittlerweile in 36 Ländern verlegt wurde, in so vielen Sprachen und zehntausendfach verkauft wird, auch da wurde gelacht. Da wurde mir von einem Verlag gesagt, von einem Flugbegleiter mit Lernschwäche lässt sich niemand die Welt erklären. Und genau das Gleiche ist wieder passiert bei meinem Buch Unbox Your Multilevel Marketing, Unbox Your Network. Warum? Weil das nicht mainstreamig ist, weil das nichts für die Masse ist, sondern für eine Nische cleverer Menschen, die versteht, wo unsere Wirtschaft hingeht. Und ein Verlag hat mich am Telefon ausgelacht und hat gesagt, Achtung, wörtliche Rede, wir und Sie machen uns die Reputation kaputt, wenn Sie ein Buch in unserem Verlag über Network Marketing schreiben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach weiter telefoniert. Und die meisten, die vor mir saßen, waren graumillierte alte Männer und Frauen biologisch alt, die den Zeitgeist nicht verstanden haben. Bis ich an einen Verlag geraten bin und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Der Next Level Verlag, der gesagt hat, genau das ist es. Das ist das, was wir gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz und dann wahrscheinlich wird das Buch auch in der Welt wieder verlegt werden brauchen. Und ich brauche immer ungefähr ein halbes Jahr, um Ideen zu sammeln, um diese dann erstmal im ersten Schritt, wenn du also gerne mal selbst ein Buch schreiben möchtest, hier der erste Schritt, ungeordnet herunterzuschreiben. Das ist so ein Sammelsurium an Dingen, die ich aufschreibe. Und dann zweitens gehe ich an einen für mich inspirierenden Ort, wie zum Beispiel nach Thailand, nach Brasilien, mit dem Wohnmobil irgendwo an einen Fluss. Und da kann ich für mich sein und dann die Gedanken des Buches sortieren. Dein Buch ist übrigens schon in dir. Warum ist das schon in dir? Weil du etwas kannst, was 90% der Menschen nicht kann, genau in deiner Nische. In meinem Fall Network Marketing. Warum, habe ich ja viele Jahre gemacht, die höchste Position erreicht, kann ich glaube ich anderen Menschen beibringen, wie das funktioniert. Das Dritte, was ich dann gemacht habe, ist eine erste Gliederung zu erstellen für die Kapitel und das erste Kapitel erstmal runterschreiben. Also ich wiederhole nochmal, erstmal ein halbes Jahr, vielleicht brauchst du auch nur ein paar Tage, I don't know. Alle Ideen sammeln und ungeordnet runterschreiben. Zweitens an einen inspirierenden Ort gehen, wo du für dich sein kannst, um deine Gedanken sammeln zu können. Drittens eine Gliederung für die Kapitel verfassen. Das erste Kapitel herunterschreiben. Und dann, jetzt kommt Schritt Nummer 4, das mehrfach durchlesen und dann Kapitel für Kapitel immer nur den Anfang formulieren. Die Stichworte hast du ja darunter und so entsteht ganz, ganz langsam dein Buch. Und dann, fünftens, suche ich mir immer Menschen, die Bock haben zuzuhören. Das heißt, ich schicke ihnen einzelne Kapitel. Feedback von außen bekomme ich dann und das ist so wichtig. Das erste Feedback, was ich bekommen habe für das Unbox Your Network Buch, habe ich euch gerade schon gesagt, das war vernichtend und niederschmetternd von Verlagen, aber innerhalb der Industrie, als ich Führungskräften und Liedern, die im Network Marketing schon richtig Resultate und Resultate heißt Millionen Umsätze und tausende von Familien ein paar hundert Euro extra im Monat verschaffen, die das gelesen haben, die waren hellauf begeistert und haben gesagt, das wird das neue Regelwerk für jeden, der bei uns im Network Marketing einsteigt. Und dann zum Schluss, das ist Schritt Nummer 6, kommt der Feinschliff. Das heißt, alles nochmal runterschreiben, alles nochmal korrigieren, einen Verlag finden, in meinem Fall dann noch einen Grafiker und jemand, der geile Comics malt dazu, weil ich liebe Edutainment, ich liebe euch, komplexe Zusammenhänge ganz, ganz einfach runterzubrechen. Ja, und jetzt steht natürlich noch die Frage im Raum, wie hat MLM oder Multilevel Marketing denn mein Leben verändert? Fundamental. Es hat fundamental mein Leben verändert und mir das Fundament gelegt für all das, was ich bisher machen durfte. Und meine Frage an dich ist ganz klar und offen formuliert, welches Potenzial steckt denn in dir? Also, welches Potenzial steckt denn hinter dem, was du gerade tust? Was ist in deinem Leben noch möglich? Und dieses Buch ist übrigens für alle geschrieben, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen. Ich habe noch eine große Überraschung für dich hier in diesem Podcast. Ich werde dir nämlich gleich exklusiv ein Kapitel vorlesen, was noch niemand gehört hat, denn das Buch ist ja noch nicht mal erschienen. In dem Moment, wenn du das hier hörst, ist es vielleicht schon erschienen und dann kannst du es dir sehr, sehr gerne bestellen im Buchhandel oder bei Amazon oder Thalia oder Hugeldubel online, wie die alle heißen. Aber ich werde dir gleich mal einen kleinen Sneak Peek vorlesen. Ich mag vorher aber noch kurz über diesen riesen Wachstumsmarkt, der ein wenig im Schatten der normalen Wirtschaft steht, der auch nicht in den Massenmedien bespielt wird. Warum nicht? Ist ja ganz klar, die Massenmedien und das System möchte, dass du brav 40 Jahre arbeiten gehst, Steuern zahlst und danach 30 Prozent von dem bekommst, was jetzt nicht reicht, das heißt Rente und da gibt es ein paar Menschen, die eben sagen, nee, 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 vielleicht mache ich das, vielleicht baue ich mir einfach was fürs Alter. Allein das ist ja schon clever. Das heißt, du kannst damit einiges richtig machen, du kannst zum Beispiel eine Menge Steuern sparen. Du bist ab dem Moment, wo du eintrittst in ein Multilevel-Marketing-Unternehmen, bist du selbstständig. Ich meine, wie geil ist das denn? Du kannst in finanzieller Fülle leben, du kannst in einer Gemeinschaft von Menschen und auch das ist wichtig und von einigen kritisiert, Tobi, was machen die da? Die werfen mit Ballons, ja, weil es geil ist, weil sie mit einer Gruppe von Menschen, die gemeinsam mehr wollen, auch Spaß haben und du arbeitest dadurch nicht mehr für die Träume anderer Menschen, sondern für deine eigenen. Weißt du, ich war damals so hungrig, ich habe alles gegeben, ich habe in den ersten drei Tagen alle Anträge ausgefüllt, die mir damals, mein Sponsor, der mir dieses Geschäft vorgestellt hat, gegeben hat. In drei Tagen, ich war dann mit 25 Jahren Regional Vice President und ich war zum ersten Mal in meinem Leben stolz auf mich. Ich erinnere mich an das Gesicht meiner Eltern, als ich das erzählt habe, die konnten das überhaupt nicht glauben, weil ich war in der Schule immer das Problemkind, ich war in der Schule immer derjenige, der irgendwie nicht ins System gepasst hat und ob du gepasst hast oder nicht, darum geht es hier nicht, aber es gibt Alternativen zu dem, was du mal so als richtig gelernt hast und auch wenn deine Meinung, deine Meinung Network Marketing gegenüber vorbelastet oder negativ ist, mag ich dir einen Satz sagen, der mich immens getriggert hat vor vielen Jahren. Da wurde mir nämlich mal gesagt, deine Meinung zahlt deine Rechnungen nicht. Wie wäre es, wenn du einfach mal das machst, was erfolgreiche Menschen schon vorgelegt haben, um danach das zu bekommen, was andere niemals haben werden. Und da war ich aber leise. Da habe ich dann aber zugehört. Ist das ein geiler Satz, deine Meinungen interessiert überhaupt niemand und zahlt auch deine Rechnungen nicht. Und dann gibt es immer diesen Vorwurf, ist das ein Schneeballsystem, was ist denn das für ein Bullshit? Das hat irgendjemand erfunden. Nein, das ist ein Lawinensystem und ist auch kein Schneeballsystem. Das machen die Unternehmen auch im Sommer und da werden Milliarden Umsätze auf der Welt generiert. Versteht ihr das? Welche Eigenschaften darfst du denn mitbringen als Profi-Networkerin? Na ja, du wirst dadurch Experte für zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, egal wo du arbeitest, egal was du tust. Deshalb habe ich vorhin schon gesagt, es ist nichts anderes als eine Universität der persönlichen Entwicklung mit einem angedockten Marketingplan. Und du wirst Netzwerkerin. Du baust dir ein stabiles Netzwerk auf und wirst dadurch zu einem Magneten für andere Menschen. Wie geil ist das denn? Wie geil wäre das denn? Dazu gibt es auch ein ganzes Kapitel in dem Buch, dass du zu jemandem wirst, der nicht irgendwo hingehen muss und bei Facebook oder Instagram Leute irgendwie anhaut, anlutscht. Das ist ja widerwärtig. Oh, ich habe so ein tolles Produkt. What? Sondern du wirst zu einer Person, zu einer Frau oder einem Mann, der gefragt wird, was machst du da? Ich will das auch machen. Ich will auch so werden wie du. Du wirst also Profi, ein sich ständig weiterentwickelnder Profi und du lernst effektiv zu kommunizieren, damit Menschen auf dich zukommen. Damit du deine Geschichte erzählen kannst, damit du Menschen begeistern kannst. Das ist übrigens, wenn du mich fragst, die wichtigste Fähigkeit überhaupt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist es, Menschen begeistern zu können. Alle wichtigen Eigenschaften, alle Tools und Methoden lernst du in meinem neuen Buch. Aber das Wichtigste ist, und dafür brauchst du das Buch gar nicht zu lesen, zu verstehen, dass du lernen darfst, deine Begeisterungsfähigkeit weiter nach oben zu bringen, deine Energie mit in Räume zu bringen, Räume zu fluten. Und übrigens, wenn du aus einem Job kommst, wo du abends ausgelaugt auf die Couch fällst, am liebsten Netflix schauen möchtest und chillen möchtest, dann ist nicht dein Job scheiße, sondern du bist einfach nicht von innen begeistert und motiviert. Punkt, Ende, aus, Mickey Mouse. Hat mit deinem Job nichts zu tun, sondern du hast einfach den Falschen gewählt. Leute, wacht doch mal endlich auf und entschuldigt diesen Real Talk hier, aber ich kann dieses Rumgemämme, diese multiple Mimose in Deutschland nicht mehr ertragen. Ich kann das Rumgemämme nicht ertragen. Love it, change it, or leave it, Ladies and Gentlemen. Aber du hast keinen scheiß Job. Du bist nicht motiviert und das kommt von innen nach außen. Hat mit deinem Chef nichts zu tun, mit deiner Firma nichts zu tun, mit deinen Kollegen nichts zu tun, sondern es liegt alles an dir. You gotta be hungry for change. Du musst hungrig sein, etwas zu verändern. Und sobald du in dieses, ich nenne das immer Alligatoren-Gefühl, bei Alligatoren essen nur alle sechs Wochen was, dann hören die auf zu jagen. Du musst doch diesen Jagdinstinkt weiter in dir haben. Mein Vorschlag an dich ist, dass ich dir jetzt einen kurzen Absatz, also einen Teaser aus dem Buch vorlese und dann kannst du entscheiden, ob das was für dich ist. Und diesen Teaser, den habe ich noch niemandem vorgelesen und ich freue mich total darauf. Also ich bin, ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Jetzt schon. Und ich weiß, dass diese Folge den einen oder anderen auch ein bisschen antriggern oder kitzeln wird. Und nochmal, ob du Network Marketing machst oder nicht, ist mir doch vollkommen Latte. Es ist mir vollkommen egal. Mir ist wichtig, dass du für dich und deine Familie und deine Ahnen, deine Ahnen, deine, die Generationen, die nach dir kommen, wenn die Ahnen das gemacht hätten, würdest du wahrscheinlich auch hier nicht hören oder lesen, weil dann würdest du jetzt irgendwo etwas tun mit schon vererbtem Geld. Aber ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Und ich sag dir jetzt noch einen Satz. Wenn du aus einer nicht finanziell freien und wohlhabenden Familie kommst, dann ist Network Marketing eine der vielen Chancen in deinem Leben, dass eine finanziell freie und mit Reichtum geprägte Familie aus dir kommt. Und hier kommt das von mir für dich ausgewählte Kapitel. Einstieg in die Selbstständigkeit. Die Begriffe Selbstständigkeit und Unternehmertum werden oft synonym verwendet. Doch bedeuten sie in Wirklichkeit nicht dasselbe. Ja, in beiden Fällen bist du dein eigener Chef, aber es gibt auch bedeutende Unterschiede. Als Selbstständiger wirst du zu großer Wahrscheinlichkeit allein arbeiten oder nur wenige weitere Mitarbeiter beschäftigen. Vielleicht arbeitest du mit Honorarkräften oder anderen Freelancern. Doch alle Fäden hängen an dir. Wenn du selbstständig bist hängt die Produktivität und der Ertrag deiner Arbeit in der Regel von deinem eigenen Einsatz ab. Ist das clever? Arbeitest du viel ist der Ertrag hoch? Arbeitest du wenig fällt er entsprechend geringer aus? Arbeitest du aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen überhaupt nicht fährt das System voll und ständig herunter. Als Unternehmer hingegen hast du das System idealerweise so weit ausgebaut dass es auch ohne dich funktionieren kann und deine Anwesenheit nicht zwangsläufig erforderlich ist. Allerdings ist eine Kraft für erfolgreiche UnternehmerInnen unverzichtbar die Fähigkeit anderen Menschen gut zu führen. Ich mache dir diesen wichtigen Unterschied an dieser Stelle hier jetzt schon bewusst damit du dir gleich am Anfang die richtigen Ziele setzt damit du dir bewusst machst wohin du möchtest und wie du es aufbauen und erreichen kannst. Außerdem möchte ich dass du ein Gefühl dafür entwickelst was für deinen Erfolg überhaupt erforderlich ist. Dein unermüdlicher Einsatz alle Resultate hängen zunächst von dir ab und der Weg ins Unternehmertum führt für die meisten durch die Selbstständigkeit ja durch die Solo Selbstständigkeit beides erfordert wie ich bereits erwähnt habe erstmal ein hohes Maß an Einsatz es ist wie ein Marathon um diesen durchhalten zu können brauchst du einen ganz starken Anreiz eine Motivation die von innen kommt diese darf dich nicht nur ein bisschen locken oder anteasern sondern sie muss so stark sein dass sie dich wie ein riesiger Magnet durch die anstrengenden und harten Zeiten hindurch zu deinem Ziel zieht ohne diese Kraft wirst du den Marathon nicht durchhalten wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt dass bei zwei gleich starken SportlerInnen diejenige oder derjenige gewinnt der sich stärker motivieren kann und der mit den inneren Bildern die Ziele visualisiert dein motivierender Supermagnet der dich zieht ist dein Warum der Grund warum du überhaupt losgehst und der dich jeden Morgen aus dem Bett katapultiert insbesondere in harten Zeiten wo andere aufgeben rumwinseln und sich die eigenen Wunden lecken diese Arbeit wird später in dem Kapitel das Warum warum bist du überhaupt hier weiter ergründet werden für viele ist beispielsweise die Vorstellung ein großer Ansporn nie wieder wirklich arbeiten zu müssen erst recht nicht 9 to 5 wenn sie ihr Business auf die Spur gebracht haben andere sind davon getrieben ihrer Familie eine erfüllende und sichere Zukunft zu schaffen es ist unwichtig wofür du im MLM losgehst es muss dir nur eines bewusst sein um erfolgreich durchstarten zu können musst du eine Ausbildungsmaschine durchlaufen genau wie ein Chirurg der jahrelang studieren und üben muss bevor er operiert oder ein Handwerker der alle Aspekte seines Berufs in Theorie und Praxis lernen muss musst du auch im MLM in deine Ausbildung investieren und dabei ist es nicht mit einer Abendveranstaltung oder einem Wochenendseminar getan und ich würde dich anlügen wenn ich etwas anderes behaupten würde mindestens das erste Jahr im Network Marketing ist dein Ausbildungsjahr ich schreibe mindestens weil du dauerhafte Lernbereitschaft zeigen musst um wirklich erfolgreich zu sein wenn du gelernt hast ein Instrument zu spielen Noten zu lesen und dich an sie hältst weißt du immer was als nächstes kommt und du gehörst außerdem irgendwann ob du richtig oder falsch spielst so ist das im MLM auch es ist ein Handwerksberuf wie Public Speaking oder Optiker den du erlernen und irgendwann genau auszuführen weißt ein Spitzenverdienst erfordert aber auch eine Spitzenleistung du musst also wie ein Konzertpianist unzählige Übungsstunden absolvieren und musst mit anderen zusammenspielen brauchst Wissen und deine Instrumente und viel 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 Erfahrung du musst üben 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 wie ein Symphoniker dann wirst du erfolgreich dann werden dir die Menschen vertrauen und sich mit dir auf die Reise geben innerhalb und außerhalb deines Netzwerks es gibt eine Redewendung Lehrjahre sind keine Herrenjahre und genauso ist es im MLM auch in deinem ersten Jahr wirst du voraussichtlich von morgens bis abends Gegenwind bekommen du musst damit rechnen dass deine Familie deine Freunde und Bekannten an dem Geschäftsmodell zweifeln und dass sie dich für deine Schritte kritisieren werden doch das ist längst nicht alles ziemlich schnell wirst du feststellen dass du erst einmal lernen musst wie du dich richtig verkaufst und um dich richtig zu verkaufen musst du dir dich erst einmal selber verkaufen es gibt keinen Grund sich dafür zu schämen denn kein Mensch schaut auf ein Kind schräg dafür an dass es erst laufen lernen muss und genau dieses Bild solltest du dir immer und immer wieder vor Augen führen gibt ein Kind beim Laufen auf nur weil es nicht sofort klappt nein es probiert so lange bis es klappt immer weiter nach oben zu kommen und dann wird es jeden Tag selbstverständlicher dazu gehören vermeintliche Kleinigkeiten wie das Üben des richtigen Telefonierens und zu lernen wie du dabei Produkte gut bewirbst oder neue Networker für dein Team gewinnen kannst wie du zu einem Magneten wirst dazu gehört aber auch dich an die Worte am Anfang dieses Kapitels zu erinnern dass du Unternehmer wirst und zwar zuallererst in deinem Kopf mit dem richtigen Mindset für dich und deine Familie mach dir immer wieder bewusst dass du da einen Schritt tust den die meisten Menschen niemals in ihrem ganzen Leben jemals wagen werden denn du befreist dich von dem Geißel des Angestellten Daseins und gehst deinen Schritt in die Freiheit und das wird Menschen die anders denken anders großgezogen wurden nicht gefallen aber nicht nur das denn du schaffst auch Perspektiven und Jobs für andere Menschen mach dir bewusst auch wenn du unter dem Schirm eines großen Unternehmens dein Business aufbaust ist dieser Schritt nicht dafür verantwortlich dir das Lernen abzunehmen oder irgendwie bequem zu machen dass du keinen Entwicklungsschmerz fühlst weil den wirst du fühlen eine Raupe muss durch das Strecken der Flügel aus dem Kokon platzen um danach als Schmetterling weiterzuleben und ich könnte dir jetzt noch so viel vorlesen ich könnte dir noch so viel vorlesen und eine Sache möchte ich möchte ich noch damit du damit du jetzt aufspringst und sagst dieses Buch muss ich haben egal ob ich Networker bin oder nicht und wenn du mich fragst musst du dieses Buch haben alleine schon aufgrund der ganzen Einstellungsdinge die da drin stehen also geh jetzt auf Amazon oder Thalia oder Hugendubel oder bestellst dir vor und verschenkst von mir aus auch anderen weil hier kommt das Ende dieses Podcasts für dich haben dir die Einblicke in das Thema und in mein neues Buch gefallen ein langer Weg liegt hinter mir wenn ich mein eigenes Werk in den Händen halte neben all meinem Herzblug steckt meine jahrelange Erfahrung im Network Marketing zwischen jeder Zeile wenn du den Buchdeckel aufklappst eröffnet sich dir eine Welt die dir alles ermöglichen kann für mich war diese Welt eine unglaubliche Chance die ich genutzt habe ich freue mich wenn du diese Möglichkeit auch für dich siehst schau dir das Buch jetzt an und schau dir die Show Notes an die wir dir dazu gegeben haben weil auch in dem Buch gibt es eine Menge Gratis Dinge die wir dir noch dazu gestellt haben nämlich meine Ehrung zum Regional Vice President Checklisten die du runterladen kannst und sogar ein kostenloser Einblick in unseren Online Kurs zum Thema Network Marketing ich hoffe du hattest ein wenig Freude konntest selbst wenn du mit dem Thema nichts anfangen kannst ein paar Impulse für dich mitnehmen wir hören uns nächste Woche zur nächsten Podcast Folge wieder ich freue mich auf dich ich freue mich über dein so sein in dir steckt etwas gigantisches und vielleicht darf ich dich zwischendurch ein bisschen anteasern und antriggern dein eigenes Ding zu machen das war der Tobi in deinem Ohr alles Liebe bis nächste Woche ciao ciao